Und herzlich willkommen zu Fable Anniversary mit dem alten Mann. Und wir wollten ja jetzt hier ein wenig Dingsenbumsen. Wartet mal. Bücher und ein Huhn. Oh, wo habe ich das hingeschossen? Erstmal mieten. Kommt her, meine Mieteinnahmen. Werdet reich oder krepiert? Äh, ich werde lieber reich. Ein Buch. Wollt ihr etwas stiften, oh Held? Ja. Mal sehen. Augen eines Mörders? Ja, ihr habt wohl recht. Ihr sollt... Habt ihr heute... Himmel. Der Leitfaden für Furzer. Ah, wo allein weiß, was geschieht, wenn die Kinder das in die Hände bekommen. Ach, was. Tja, wenn ihr das... Ich denke mal, ich muss ihnen alle Bücher geben. Heute lesen wir aus dem Buch, ähm, Leitfaden für Furzer. Vielleicht könnte der Herr, der uns dieses Buch gab, die, ähm, Vorteile dieser Lehren selbst demonstrieren. Echt? Na, dann zeig mal, was du drauf hast. Ähm, ja. Tja, das war äußerst erbaulich. Aber ich... Himmel. Etwas muss in ihn reingekrochen und verendet sein. Wer weiß, wer weiß. Scheiße. Oh. Bitte. Keine Kraftausdrücke vor den Kindern. Oh je, ich wusste, das war ein Fehler. Ja. Wollt ihr etwas... Ja. Ihr seid kein böser Mensch. Könnte eines Tages nützlich sein. Ich hoffe allerdings, dass die Kinder diesen Ratgeber nie brauchen. Na, wir werden sehen. Das kann ja wohl nicht schaden. Heute sehen wir uns, ihr seid kein böser Mensch, an. Wir sehen uns das an. Dieser Held scheint das Buch bereits gründlich studiert zu haben. Vielleicht kann mir jemand sagen, wie ihr weniger schrecklich wirken könnt. Hübsche Kleider tragen? Das stimmt. Kleidung sagt viel über ihren Träger aus. Und das Tragen von dunklem Leder oder Kettenpanzerung kann die Leute verängstigen. Weitere Vorschläge? Nichts anziehen. Guck mal. Der steht jedes Mal da. Tja, ähm, so sieht man eher komisch als schrecklich aus. Und nackte Menschen wirken wirklich nicht sehr vertrauenerweckend. Mal sehen, was das Buch zu diesem Thema zu sagen hat. Schönen Aufenthalt, Sir. Können wir ihm noch eins geben? Wollt ihr etwas... Mal sehen. Augen mit Larut. Das kann ja wohl nicht schaden. Ich hoffe wirklich, dass keiner von euch den Lehren dieses Buches folgt. Ihr solltet aber die Zeichen des Bösen erkennen können. Das kann nicht schaden. Es gibt viele Möglichkeiten, anderen Angst einzuflößen. Zum Beispiel durch Ganzkörper-Tattoos und das Tragen dunkler Kleidung. Aber wahrhaft angsteinflößende Personen können ihre Bösartigkeit schon durch Aktionen zeigen. So wie hier. Oh Held, bitte demonstriert uns ein böses, höhnisches Gänsen. Okay. Ja, sehr effektiv. Nach diesem Buch seid ihr auch furchteinflößend, wenn ihr schreckliche Verbrechen verübt, wie das Töten Unschuldiger. Aber zu diesem Kapitel kommen wir ein anderes Mal. Also klasse. Bedankt euch alle bei dem netten Helden. Gern geschehen. Habe ich noch eins? Nochmals. Oh, es ist eine Heldenreise. Das habt ihr heute... Oh. Das will er nicht. Na gut. Denn nicht. Lass mich mal raus. Angenehmen Tag noch. So. Ich habe mich auch noch nie da unten so richtig umgeguckt. Ich weiß, dass da nur die Hexe ist. Aber wir können ja trotzdem mal hier schauen. Bauer ist okay. Nur ganz schön viele rote Punkte. Hier ist die Hexe. Guckt mal, hier war ich doch. Ich bin doch noch nie richtig unterwegs. Nein. Hühner. Aua. Arme Suche. Hier ist schon wieder so eine Arena. Was haben wir hier? Ein Fass. Hier ist aber auch nicht viel zu holen. Kann man hier wenigstens angeln. Oder so. Das ist mein Hobby. Huch. Und ich weiß, was ich vergessen habe in der Pause. Ich wollte doch nach den Pilzen gucken. Wo man die findet. Kacke. Oh. Das habe ich in die andere, ins andere Level geschlagen. Ja, ich habe noch nicht alle Pilze. Nein. Ich kann das Gegenmittel erst brauen. Wenn ich alle Pilze habe. Wisst ihr, was ich mal machen werde? Ich werde jetzt hier mal eine kleine Pause machen. Huhn. 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 Oh. Huhn. Huhn. Huhn ist weg. Ich werde jetzt hier mal eine kleine Pause machen und mal schnell luschen und melde mich dann mal gleich wieder. Bis gleich. Da bin ich wieder. Und wir gehen gleich mal nach Südbauerstuhen. Obwohl das jetzt Blödsinn war. Wir müssen jetzt zum Picknickplatz. Kann man da eigentlich hinreisen? Heldengilde. Grabhügelfelder. Gretwood Callistors. Willingskingslager. So. Karte. Hier kann ich mich nur hin und her teleportieren. Das bringt jetzt erstmal gar nichts. Ich gucke jetzt mal auf die Karte hier. So. Wo finden wir denn den Heldenwald? Da ist der Picknickplatz. Ist das der Aussichtsturm? Aussichtspunkt? Picknick Area. Das ist ja gleich hier. Und da drüben ist der... Ach, das ist ja gleich einfach nur hier raus. Dies ist gut. Das machen wir mal. Und die zwitschern Vögeln. Aber das habe ich schon ein paar Mal gesagt. Das wird dann auch nicht besser. Hallo, Kleiner. Äh, Kleiner. Entschuldigung. Das hätte man eigentlich sehen können. Sollen. Müssen. Jetzt geht wieder Aussichtspunkt. Ja, wir haben schon öfter mit den Ladenbesitzern interagiert. Da sind auch diese beiden Markierungen noch. Wie ihr sehen könnt. Also, wir müssen zum Picknickplatz. Und zum... Ja. Danke. Äh... Wo geht es denn jetzt zum Aussichtspunkt? Hier. Äh, aus Picknicks. Jetzt laufe ich wieder zurück. Was ist das denn hier? Hä? Ich bin verwirrt. Juhu. Das Vergnügen ist ganz auf meiner Seite. Maleficus. Hey. Ich will zum Picknick-Area. So, ich gehe jetzt mal nach hier oben. Boah, die Sonnenstrahlen. Ob die das nachträglich reingepatcht haben? So, Karte. Jetzt werden wir erstmal gucken, wo wir... Uh, nicht so groß. Stehen. Da ist sogar ein... Dings-Tor. Juhu. Hurra. Was passiert, wenn ich hier lang gehe? Lauf. Hier ist ein Tor. Mal gucken, was da steht. Greatwood-Eingang. Das ist verkehrt, würde ich sagen. Man kann hier aber auch nicht... Das sind meine Quests. Ich kann hier auch nicht größer sehen und... Ich stehe doch jetzt vom Greatwood-Eingang. Das ist der da unten. Da. Das ist doch total verkehrt. Ich muss entweder hier, hier... Hier. Hier lang. Da muss ich lang. Da muss ich lang. Das sieht gut aus. Wo kommen wir hier hin? Picknickplatz. Gut. Dann haben wir wenigstens eins geschafft. Also, wir brauchen ja noch zwei blaue Pilze. Hier steht eine. Was mit ihr? Es funktioniert nicht. Warum nicht seltsam aussehender Mann? Was funktioniert nicht? Also, ich habe diesen Pilz da gegessen. Alle haben gesagt, mir würde vor Lachen der Kopf abfallen, wenn ich ihn esse. Ich habe es getan, aber er ist immer noch dran. Tja, ich kann ihn hier abhacken. Bisher absolut kein Lachen. Könnt ihr mich zum Lachen bringen? Los, macht schon. Bitte. Gut. Dann probieren wir mal unsere Ausdrucksmittel durch. Geselligkeit. Oh ja. Küchen. Das nennt ihr Lachen? Okay. Halt. Nochmal. Das war oberwitzig. Ja, findest du? Was ist mit denen da drüben los? Sind die alle eingefroren? Dann machen wir es nochmal, wenn das oberwitzig war. Wie aufregend, euch zu sehen. Hey. Ha, ha, ha. Ich habe heute aber gute Laune. Oh, das ist zu, zu viel. Spuckst du jetzt den Pilz aus? Ist sie allern. Ich glaube, die hat einen Schaden. Aber den Pilz nehmen wir gern. Dieser Pilz ist extrem selten. Normalerweise wächst er hoch in den Bergen. Die Pilze sollen eine merkwürdige Wirkung auf die haben, die sie essen. Tschüss, merkwürdige Frau. Ja. Das stimmt. Ich musste mir aber noch einen anderen Namen geben. Jetzt gehen wir einmal quer rüber. Oh, das dimmt aber langsam runter. Da kann ich ja mal schnell einen Schluck trinken. Und jetzt einmal rüber. Und dann hier runter. Heldengilde. Aber ich will doch... Das ist in der Heldengilde. Gut zu wissen. Da waren wir schon lange nicht mehr. Guck mal, da hinten ist so ein silbernes Ding. Das wären wir jetzt mal für... Lass mich mal durch, bitte. Danke. Das ist der Wald. Wo wir die Käfer gejagt haben. Gut. Ist das der Heldengildenwald? Oder... Der Gildenwald. Ich habe Heldenwald. Na gut. Hier könnte man angeln. Das machen wir mal schnell. So viel Zeit muss sein. Oh. Das geht ja noch gar nicht los. Jetzt. Jetzt, jetzt. Oh. Der wehrt sich aber. Aua. Mein Controller... Mein Controller fliegt mir gleich aus der Hand. Nein, ist übertrieben. Ist übertrieben. Ja. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Ich schaffe es. Was haben wir gefangen? Aha. Noch ein Silberschlüssel. Da steht wer. Hallo, junger Mann. Na klar. Hallo, Sir. Ein paar Freunde und ich hatten gestern Nacht eine kleine Fete hier. Und ich habe dieses fantastische Mädchen aus Oakvale getroffen. Oh, Myra. Myra? Ich meine, sie war atemberaubend. Die atemberaubende Myra. Zumindest glaube ich das. Aber ich habe auch geglaubt, dass die Bäume um uns herum Schokoladenbeine hatten. Wenn ihr versteht. Hatten sie doch. Aber ich würde sie wirklich gern wiedersehen. Ähm, wahrscheinlich. Ich meine, vielleicht waren es ja auch nur die Pilze. Und sie ist eigentlich hässlich wie die Nacht. Und selbst wenn nicht, was ist, wenn sie mich nicht mag? Oh. Ich werde es aber trotzdem riskieren. Bitte, bringt ihr diesen Brief nach Oakvale. Mach ich. Hauptsache, ich habe die nicht geheiratet. Brief von Cyril. In verschwitzter Handschrift wurde folgendes Gedicht hingekritzelt. Oh, Myra, mein Herz schlägt nur für dich. Du bringst mein Innerstes aus dem Gleichgewicht. Deine Augen sind wie zwei Sonnen, deine Brüste warwonnen. Bitte sag, du liebst mich sehr, so wie ich, auch ich, dich so verehre. Bitte lass deinen Diener rein. Es wird doch wohl nicht nur der Pilz gewesen sein. Wer weiß. Ich muss wissen, was sie empfindet. Die Ungewissheit bringt mich um. Oh, und noch was. Versucht nicht, den Brief als den Euren auszugeben. Ich habe Wochen zugebracht, das Gedicht zu perfektionieren. Du hast Wochen dafür zugebracht? Also, ich werde den ganz sicher nicht als den meinen ausgeben. Äh, den Brief, meine ich. Ah, ich kann reisen. Oh, Leute. Was ist denn das jetzt hier wieder? Das gibt es doch gar nicht. Also, ich nehme an, das liegt an meinem Controller. Denn das ist ja ein bisschen sehr komisch hier, wie das jetzt eben wieder funktioniert hat. So. Jetzt sind wir in Oakville. Die Dämmerei ist auch ganz schön langsam. Ja, ja, Kalistore verschwinden sich an verschiedenen Stellen, aber es sind viel zu wenig. Oh, schöne Musik. Und ich glaube, die schlafen jetzt alle. Hier kreisen nur die Wächter rum. Maira, wo ist die Maira? Bist du Maira? Bist du Maira? Ich muss Maira finden. Wo finde ich Maira? Heißt hier eine Maira oder so? Nein. Du bist keine Maira. Nein. Die vielleicht? Ehering? Hm. Wo finde ich die denn jetzt? Hier werden auch keine Namen angezeigt. Wie wäre es mit einem Ehering für meinen Kinder? Nein. Ich bin schon verheiratet. Juhu! Wer ist denn Maira? Ja! Ich hätte gern einen Ehering, denke ich. Wo habt ihr denn gesteckt? Hurra! Ja! Oh ja! Hurra! Wie findet man die denn jetzt? Hurra! Hey, ihr seid's. Was zu trinken? Boah! Nochmals willkommen! Wer ist das? Gut, dass ihr da seid. Ich muss mit euch reden, wie ich gehe. Das ist Whisper. Ihr wusstet nicht, dass ich die Gilde verlassen? Nee. Mein Bruder wollte, dass ich eine große Heldin werde. Aber er ward mir stets einen Schritt voraus. Ich musste so hart arbeiten, um seine Erwartungen zu erfüllen. Aber bei euch sah alles stets einfach aus. Das sah nur so aus. Erst als ihr mich in der Arena verschont habt, erkannte ich, wie eifersüchtig ich war. Und was ein guter Freund ihr wart. Ich war im Training hart zu euch. Tut mir leid. Die Wahrheit ist, ihr wart stets der bessere Held. Sag das aber bloß nicht meinem Bruder. Danke. Lass mich mal durch. Wer bist du? Bist du Maira? Nein, ich glaube nicht. Und du? Bertha? Fischerwirt? Bertha Schankmeid? Warum werden denn die Namen nicht so wirklich angezeigt? Schön, euch zu sehen. Ich glaube, ich lege mich erst mal... Jetzt stand da nochmal die Bertha. Ich lege mich, glaube ich, mal schlafen. Und am nächsten Tag sind dann alle wieder wach. Das müssen wir doch hinkriegen. Ich muss doch diesen Brief loswerden. Oh. Meine Frau schläft da. Oh. Ich kann dieses Bett nicht benutzen. Oh. Das ist traurig. Ähm. Ich müsste doch eigentlich... Ich habe jetzt hier eine Quest erwartet, aber... Tja. Äh, ein Hin... Ne, wartet mal. Wartet mal, wartet mal. Ja. Das hilft mir jetzt gar nicht weiter. Ich muss jetzt irgendwo schlafen. Das ist natürlich blöd. Aber mehr Betten in dem Haus gehen ja nicht. Dann gehe ich jetzt ins Wirtshaus und schlafe da. Fertig. Lass mich nicht ärgern. Ja, dann Häuser brauche ich. Wir brauchen Einnahmen. Ich habe eine Frau zu versorgen. Oh. So. Das war der Wirt. Wer hat da? Wer bist du? Guckt mal, da stehen keine Namen drüber. Wirdet ihr mir wohl einen Ehering schenken? Nein. Juhu! Nur ein Wort. Hurra! Ehering. Nein. Juhu! Ehering. Oh. Kann passieren. Maleficus. Maleficus. Wo finde ich die jetzt? Da steht noch wer? Die Huckküste ist ein seltsamer Ort. Würdet ihr mir wohl einen Ehering schenken? Das war klar. Hier gehe ich wieder raus. Das will ich doch gar nicht. Oh, well soll... Ach, ich kann ja hier auch noch runtergehen. Wir gehen mal hier weiter. Da geht es hier auch noch lang. Würdet ihr mir wohl einen Ehering schenken? Hurra! Ich hätte gern einen Ehering weggelegt. Oh, ihr nervt. Hier ist noch eine. Nur ein Wort. Ehering. Die hinten winkt. Die winkt da. Ich habe schon viel von euch gehört, Maleficus. Oh, ich glaube, ich war hier schon mal. Das habe ich vergessen. Findet ihr mich schön? Ich habe diesen Mann auf einem Fest im Gildenwald getroffen, der sagte, ich sei schön. Ich denke... Ich denke, er könnte in mich verliebt sein. Habt ihr mit ihm gesprochen? Ja. Mayra, den Brief geben. Oh, stammt das von euch? Mayra, Anlügen und der Brief sei von euch? Nein. Ich glaube das einfach nicht. Er liebt mich wirklich. Er vergleicht meine Augen mit zwei strahlenden Sonnen. Ach so. Ich muss ihn wissen lassen, dass ich fühle wie er. Bitte, könntet ihr ihm dies bringen? Ich kann es kaum erwarten, Fiona davon zu erzählen. Okay. Antwort von Mayra. Wollen wir die noch schnell lesen? Lieber Cyril. Oder... Natürlich liebe ich dich. Ich werde die Nacht, die wir im Gildenwald verbracht haben, nie vergessen. Obwohl, besonders gut kann ich mich eigentlich nicht daran erinnern. Aber ich weiß, dass sie etwas ganz Besonderes war. Ich schwebe förmlich, sobald ich an dich denke, Cyril. Und ich freue mich zu sehen, wie du aussiehst. Es ist alles so verschwommen. Wir werden uns bald treffen, mein Liebling. Denn bin ich auf ewig. Dein, Mayra. Okay. Ja, dann haben wir ja was. Dann können wir uns in der nächsten Folge um die beiden Tortelläubchen kümmern. Bis dann. Ja, tschüss. Ja, du mich auch. Ja, ist doch gut.